Hallo, mein Name ist Stefanie Stahl. Ich bin Psychotherapeutin und Buchautorin. Einige kennen mich wahrscheinlich von meinen Büchern. Mein Bekanntes ist das Kind in dir muss Heimat finden. Und das steht seit zwei Jahren ganz oben auf der Bestsellerliste. Zu diesem Buch habe ich jetzt einen Online-Kurs für euch entwickelt. Im ersten Schritt lernen sie ihr Schattenkind kennen. Das ist nämlich der Anteil in ihnen, der sich immer wieder querstellt und boykottiert und ihnen schwierige Gefühle bereitet. Im zweiten Schritt stärken sie ihr Erwachsenes-Ich. Und im dritten Schritt werden wir zum Sonnenkind kommen. Mit der Lösestruktur können sie ihre individuellen Probleme lösen. Sei es, dass sie unter Angst leiden, Depressionen, Liebeskummer, Beziehungsprobleme im Allgemeinen, was auch immer. Sie werden am Ende überrascht sein, welch anderen Blick sie auf ihr Leben werfen und wie leicht es letztlich ist, neue Wege zu beschreiten. Sphärf in archaeisch. Sphärf in Hohemm. Sie werden am Ende überrascht sein. Sie werden am Ende überrascht sein, welch anderen Blick und Herr Thaker nicht mehr. Lehre in Hohemm. Sie werden am Ende überrascht sein, welcher Kind und Frieden, Ich glaube, dass sie die Einladung für den Kursse.